Hallo, mein Name ist Enrico Mitaka, ich bin 14 Jahre alt, ich spiele bei Nullacht-Villingen im Offensivbereich. Meine bisherigen Vereine waren der FC Neustadt und ich spiele meine dritte Saison jetzt bei Nullacht-Villingen. Und meine persönlichen Ziele sind, mich weiterzuentwickeln und irgendwann mal in der Profiliga zu spielen. Und meine Ziele mit der Mannschaft ist der Klassenerhalt.